Herzlich Willkommen bei Schmitz Cargobull auf der Baumarkt. Wir haben viele Innovationen, die wir Ihnen hier zeigen möchten. Noch nie hatten wir so viele Produkte vor Ort. Hier schon mal ein Überblick, was Sie erwartet. Das ist unsere Standard-Aluminium-Kastenmulde mit 24 Kubikmeter Ladevolumen. Neu am Fahrzeug ein Onboard-Wiegesystem. Das Fahrzeug ist zusätzlich ausgestattet mit einem Kunststoffboden aus Okulen. Unser Schmitz Cargobull-Werk in Gotha feiert dieses Jahr 25-jähriges Bestehen. Im Rahmen dieses Jubiläums haben wir eine Sonderedition in limitierter Auflage mit 25 Einheiten aufgelegt. Und ganz neu wieder im Portfolio ist unser Zentralachs-Dreiseiten-Kipp-Anhänger mit mehr Flexibilität und mehr Nutzlast. Und hier unsere neue Stahl-Rundmulde, natürlich auch mit dem Gewichtsvorteil von 280 Kilogramm im Vergleich zum Vorgängermodell. Hier präsentieren wir das Fahrzeug mit Thermoisolierung. Hinter mir seht ihr den neuen MKI in der neuen Produktgeneration, die Premiere auf der Bauma dieses Jahr. Jetzt in mehr Längenoptionen, sodass alle Fahrgestelltypen abgedeckt werden. Zusätzlich mit mehr Nutzlast und auf der Messe auch aufgestellt zum ersten Mal das Rollverdeck mit Bedienung von unten für mehr Sicherheit. Auch im Außenbereich haben wir drei Kippsattelauflieger platziert. Das ist unser Produktprogramm für die Kombination mit Dreijack-Sattelzugmaschine. Hier im vorderen Bereich das orange Fahrzeug, klassisches Fahrzeug für Deutschland, Schweiz und Österreich. Im hinteren Bereich ein Vierachs-Aufflieger mit Sattelzugmaschine, Zuggesamtgewicht 54 Tonnen. Und der blaue SKI hier ein Half-Duty-Fahrgestell mit 12 Tonnen Achsen, auch für Anwendungen, wo das Fahrzeug sehr harten Bedingungen ausgesetzt ist. Und mit eichfähigem Wegesystem, mit dem wir alle Fahrzeuge ausstatten können. Wir freuen uns auf Sie!